Oh Mann. Wie gib dich in das Gasthaus? Warum muss man das so lange halten? Er hat eigentlich hofft, dass sie ein paar mehr gibt. Ich hab geboren. Ich hab geboren. Schon zwei Mal habe ich ihn geboren. Willkommen. Ich nehme an, ihr seid die Gäste des... Gitarplans. Hey Jürgen. 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 Das ist mein Ding. Ja, was... Du siehst blöde und bereit, um zu kämpfen. Gut. Heute ist die Aufmerksamkeit. Weil der Zahl der Mitglieder, haben die Tournamentorganisierer entschieden, die alle Fälle in einen Tag. Einen Tag? Das klingt schwer. Wir wissen, wie viele Fälle es wird, wenn die heutige Matchups eröffnet werden. Wenn du die Bellen zuhörst, komm zur Arena einmal. Das heraldt den Start des Tournament. Wir werden auf der Arena warten. Glockenschlag. Herr der Arena. Spott? Hat der Spott? Sechs-Fünfer-Spott. Sechs-Fünfer-Spott. Was sollen wir tun? Ich bin ein Schildmeister besser. Ich bin ein Schildmeister besser. Auch mit? Äh,集. maybe ich hierheralong. Was soll ich essen? Herr, Q! Wir gehen zum Schildmeister. Ich bin ein Schildmeister, also würde ich sehen. Ich bin ein Schilds. Ich bin ein Schildmeister. Ja, du sagst, dieser Ort ist sehr familiar. Ich werde gerne meine Frau Elis geben. Sie werden uns mit entspannen? Das ist das eine Schildmeister. Danke, warum nicht? Kein Besucher. Geίναι in die Arena, wenn du von von der Bellen zu hörenst. Schau dich in der Nähe des Bergkutsches. Kein Problem. Das ist ein Lebensmittelladen. Ich wollte eigentlich in den Objektladen, hab's vorhin vergessen. Was ist das hier? Aha. Oh, perfekt. Objektladen. Ich möchte gerne wissen, was das hier speziell steht. 30% Technikpunkte in der Gruppe wieder her. Aber ist ganz schön teuer. Ich glaube die Dinger, von denen wir mehr brauchen. In der Gruppe wieder her. 5000. Wenn du da ablegt laden die Levels, ist das natürlich total. Habe ich doch. Ich hab das auch um 16 oder noch mehr Level verbessert. Irgendwas auf 11. Ich weiß jetzt, wo die Läden sind. Oh. Der hätte nichts zu erzählen. Telefonposten. War's schon auf EG1? Ja. Und auf Dings. Da waren noch irgendwas. 4 Sachen. Jetzt aber abbrechen. Okay, okay. Schau dich in der Nähe des Bergkuts. Okay, das ist hier. Das war doch hier. Die fehlten Kopf. Oder? Den mittleren. Ja, das war der Kopf. Was war das? Nein, das kam von ganz oben. Nein, das war. Du hast hier nicht gesehen? Das ist nicht wichtig. Isla! Du hast recht gut geheilt. Ja, dank dir. Du kennst dich. Du kennst Alvin? Nein. Es ist gut, Dr. Isla. Der guter Doktor hier ist, in der Wahrheit zu beachten, meine Mutter. Ist das richtig? Sie ist hier in der Stadt? Oh, also das ist warum du so viel kennenzulernen hast. Ihre Gesundheit ist nicht so gut. Mein Vater ist weg. Und ich habe keine Brüder oder Brüder. So die Doktor. Sie hat sich noch einen Blick auf ihr, wenn ich rauskomme. Du hast nur noch erzählt. Du hast uns in einer Minute gesagt, als du da seitdem wir uns getroffen hast. Wenn du so sagen. Ich einfach... Ich möchte sie besser damit, um sie nach Hause zu bringen. Wo ist das? Ist das von hierher? Farer als du denkst. Na, wenn es da ist, können wir helfen. Na, wenn es irgendwas wir können, ist es nicht zu helfen. Es geht nicht. Ja, wenn ich mich daran denken. Jürgen, solltest du nicht in der Arena sein? Ich musste eine Erreignung machen. Ich wusste nicht, dass ihr Freunde von Isla war. Ja, wir wussten nicht, dass ihr beide Freunde war. Wir sind mehr als Freunde. Isla ist meine Fianz. Fianz? Wow, congratulations! Haha, danke. Isla, diese Leute sind als unsere Klan-Klans in der Tournament. Ist das so? Oh, eine Verkaufnahme. Ich weiß, was das ist. Kannst du wie ein Ratschen und produzierst viele Kinder, die ein Ratschen verbrechen? Äh... Der Tournament beginnt. Entschuldigung, ich würde mich anschauen, aber ich muss heute arbeiten. Das ist zu schlecht. Schöne für unsere Verkauf. Diese Naivität ist ja niedlich. Von Miele. Haben gerade die Glocken geschlafen. Ja, deshalb glaube ich auch dorthin. Ich hoffe, er hat das anspruchsvoller ist. Diesmal. Oh, Jürgen. Du warst mit ihnen. Jürgen! Die Glocken sind gekommen? Ja, sie sind wunderviert. Jürgen, warte was? Jürgen und Isla kennen uns. Sie sind eigentlich engagiert. Sie sind wunderviert. Ja, warte, warte, warte. Sie sind wunderviert. 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 Warte, was ist falsch mit Alvins Mami? Kein Grund, sich über ihr zu beschäftigen, Busy-Bunny. Was ist mit dir? Lernst du etwas über Elise? Ein bisschen. Sie hat sich etwas über ihren Eltern erinnern. Es ist nicht genug, um uns keine Beispiele zu geben. Ich sehe. Ah ok, hätte ich jetzt Jude ganz am Anfang des Spiels gewählt, hätte ich glaube ich das erfahren was hier passiert wäre. Was hättest du am Anfang gewählt? Am Anfang konnte ich auswählen ob ich Jude oder Mila nehme. Und was hast du gewählt? Mila, deshalb... Oh Gott, warum sagst du mir das erst jetzt? Na wo? Hättest Jude wählen sollen auf jeden Fall. Hätte ich dann seine Story lange gespielt oder wie? Nein, dann hätten wir bestimmt erfahren was die hier bequatscht hätten. Würde ich dann als Jude rumlaufen? Ne, dann kannst du auch jederzeit wechseln. Ich laufe mal als Jude rum. Dann bin ich das. Ich bin doch hier der erste Player. Wo ist der Typ? Dann lauf mal als Elfen rum, geht das? Ja, das geht. Sie sind ein bloßes Kräftemessen, diese Gegner sind wirklich hier fällig... Was hast du da draußen? Wo da draußen? Nimm mal ein Turnier-Teil. Achso, hier. Ab geht's! Oder nicht? Und jetzt unsere nächste Komponente! Der Champion von Sturmbind! Der Champion von Sturmbind! Schau auf alle die Leute! Du musst auch noch spielen! Das ist eine andere Sache! Du musst erst mal das Spiel zu Ende bringen! Sie sind die einzige Komponente, die nicht kontrollieren Monster mit Beestcraft! Seine Fähigkeiten sind ein komplettes Mysterium! Dies wird weder eine kurze Kampf sein, oder ein interessanter! Ähm, hat er nur gesagt Monster? Hier kommen ihre Opponenten! Wow! Wie ist denn schon eher gefährlich? Und da ist noch einer mit Schwert und Schild! Das heißt, die drei Gehilfen erledigen! Ja, so stark sind die nicht! Ja, so stark sind die nicht! Hast du den gefährdet? Ja! Die sind da nicht verwirrt! Das hast du eben gerade ausgedacht! Nein, ich hab eigentlich gedacht! Die haben aber was abgezogen! Verwendung von Objekten durch Feinde! Manche Gegner können beim Kämpfen Objekte verwenden! Wenn du Leer zu deinem Verbindungspartner machst du Objekte schließt, kann der Feinde es nicht verwenden! Deshalb hab ich sie hier reingepackt! Das ist deine Pflicht zu klauen! Puh! Nee! Nein! Tocobo! Hey, das ist noch viel! Tocobo! Ich bin hier! Ich bin bereit! Ich bin bereit! Ich bin bereit! Sehr schön! Alle auf einen Haufen! Schön alle hier zusammenbleiben! Ich bin bereit! 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 Das war im Moment zu leicht! Okay, Champion! Ich bin bereit! Mach's this one count! Immer ist da ein Mensch mit dabei! Mama, Merry Christmas! Nein! Ich bete die Spirte! Ich bin bereit! Sie sind bereit! Nein! Ich bin bereit! Ich bin bereit! Ich bin bereit! Ich bin bereit! Du bist bereit! Und die am Jungen! Ich bin bereit! Einerald-Women! Und die am Jungen! Ich bin bereit! Möchtend! Ja klar, sind alle doch voll. Die tun nur so. Es ist alles nur Show. Wie Wrestling. Wrestling. Kane. Wie haben wir jetzt gewonnen? Oder Standardfinale? Ich weiß es nicht. Mann, es war doch nichts. Er war es selbst. Es war ein Kinderspiel. Er saß ihn auf der billigen Bank. Billigen Platz. Rücktour. Ja. Es war nicht einfach. Oh, komm mal Leute. Es ist klar, dass meine Kraft hat. Ich muss bereit sein. Ich muss bereit sein. Ich muss bereit sein. Das war fantastisch. Nachmittag nachmittag. All die anderen Entrens werden auch da. Also, Churi-Kompany. Anyway, du gehst ein Essen. Was ist mit ihr? Was ist mit ihr? Was ist mit ihr? Was ist mit ihr? Und das ist mit ihr? Ich bin ja, sicher. Oder bin ich? Das war die Leute. Ich bin ja, ich bin ja. Ich bin ja, ich bin ja. Wir kämpfen, nicht flirten. Wir haben es in den Finals geschafft. Ich bin ehrlich gesagt, ich war nicht sicher, dass du es in dir hattest. Warum? Wir haben gesagt, dass wir gewinnen. Wahrscheinlich. Genau wie beim Fußball, wenn die Lieblingsmannschaft mit Hey, wir haben gewonnen und wenn sie verliert, ah, die können doch nicht spielen. Genau, um zu sagen, hey, wie kann ich spielen? Jürgen, wir haben ein Problem. Was ist das? Es ist so, dass Rockfall kein Verzweck war. Sie gefunden haben, dass jemand den Kliff umgekehrt hat. Was? Keine Ernährung. Was? Warum? Was? Was passiert? Was passiert? Was? Was hatiscollert oder? Ich weiß von А��게. Es ist wahrscheinlich gerade zu. Es ist Natiskiner Verbindung. Es ist Metasenia, einem unter peoplesen der Selbstluckstoff im Attetes. Sie ist wirklich? Warum kannsame das so machen? пытungszeugehende B priorities? Nein, das war nicht sie. Nur ein Gruppe würde mit so einem wunderschönen Wissen benutzen. Alvin, warte! Was ist passiert? Die Dinge sind so gut. Warum ist das passiert? Mila, du kennst du etwas? Exodus ist behind this conspiracy. Was ist das? Es ist eine Organisation, die versucht mich zu assassinen. Warte, also du sagst, das Wissen gerade jetzt? Das war sicherlich für mich. Ich bin wirklich sorry für die, die stattdessen sterben. Sie denken, sie würden ein Raum voll von Menschen indiscriminiert. Nur um dich zu töten. Ja, wir haben noch nie sehr subtil mit ihren Maßnahmen. Aber dieses Akt war besonders schrecklich. Das ist schrecklich! Warum sind sie hinter dir? Weil ich sie zerstörte ihre Spiraxe, seit Exodos mit ihnen mit ihnen, 20 Jahren. Das ist schon ein paar Zeit. Hold on, das ist die Lanz von Kresnik? Das Weapon benutzt Spirax. Das bedeutet, dass Exodos ist? Ich glaube, das Lanz war eigentlich von Exodos, aber ich kann es nicht prüfen. Es ist nicht leicht, zu identifizieren ihre Mitglieder. Sie haben sich in den Populismus verbunden. Bis jetzt, ich habe nur das gemacht, wenn sie Spirax benutzt haben. Ich fühle mich, dass die Spirax sterben. Warte, was? 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 Ja, einfach tut mir leid. Hat sich ja ledig. Kein Problem. Was? 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 Das ist eine gute Idee. Ich werde es gleich wieder umdrehen. Ich speichere jetzt ab. Ich glaube, wir sind schon drei Stunden in der Aufnahme. Zum Break machen wir was. Ja, auf jeden Fall. Drei Stunden dauert jetzt erstmal, bis das verarbeitet wird. Ich glaube, da muss das Spiel jetzt alleine durchspielen, oder? Ja, wenn. Ja, das schaffe ich schon. Schaffst du? Ja, das schaffe ich. Glaubst du, wie lange das noch gehen wird? Ich weiß nicht. Meinst du, 50% des Spielzonen schon durchgespielt? Kann man das hier vielleicht sehen? Geschichte oder so? Ja, und der Ding in der Ereignisliste, oder? Milos Geschichte. Es dauert noch ein Mal, aber ich weiß es nicht. Werden wir dann sehen. Wie dem auch sei. Wir sehen uns aber im nächsten Part wieder von Let's Play Tales of Xillia. Weißt du, noch irgendwas beizutragen? Nein, ich bedanke mich nochmal bei dir. Weshalb? Für das tolle Spiel. Das kann man nicht mehr spielen, ne? Nein, krass. Wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Ciao, ciao.